so hallo zusammen ich habe hier eine sd karte die hat leider ein bisschen ein problem ist so ein bisschen kaputt ich stecke dir jetzt hier mal in den karten leser rein und schließt das jetzt hier mal an mein usb laufwerk an und dann taucht das hoffentlich gleich hier im explorer auf ja also windows findet zwar irgendetwas aber er sagt den zieht dass der datenträger formatiert werden muss bevor wir ihn verwenden können blöd das ist jetzt zum beispiel wenn es jetzt einfach ein g sd karte aus der kamera ist ja wie dann wie komme ich dann die daten und was ist da überhaupt los können auch mal in die datenträgerverwaltung schauen rechtsklick auf startmenü datenträgerverwaltung aufrufen da ist sie auch schon und wenn wir sie runter scrollen haben wir hier unten jetzt eben die sd karte es betrifft jetzt nicht nur rein sd karten sondern es kann auch mit usb sticks oder auch mit usb festplatten oder eigentlich jedem datenträger kann das auftreten windows meldet jetzt hier raw als daten als partitionsformat statt hier in tfs oder fat 32 oder expert was da jetzt stehen sollte raw steht eigentlich dafür windows kennt die da das dateisystem nicht das kann es eben in unserem fall ist jetzt hier dass das dateisystem einfach kaputt ist man sollte aber vorsichtig sein wenn es zum beispiel ein stick ist oder eine sd karte die unter linux verwendet worden ist dann kennt windows das auch nicht und bietet das ebenfalls als raw an dem fall sollte man das auf jeden fall auch nicht formatieren und genauso wenn jetzt hier noch daten oben sind oder waren oder man das vermutet dann sollte man hier auch nicht formatieren und jetzt schauen wir uns an wie wir trotzdem noch versuchen können von diesem usb medium beziehungsweise sd karte was zu retten ja wie kommen wir jetzt an die daten wieder ran und zwar gibt es da die kostenlose software test disk die ist im prinzip eine art schweizer taschenmesser für datenrettung und wiederherstellung hat hier so eine kleine funktionsübersicht man was die alles so kann die karten partition wiederherstellen irgendwelche dateien von diversen verteilt dateisystemen wiederherstellen fat expats ntfs und auch linux dateisysteme die software kann im prinzip ein bisschen mehr als so standard software wie jetzt hier zum beispiel als recuva recuva kann ich verwenden wenn ich jetzt irgendwelche dateien aussehen gelöscht habe aber der stick soweit noch okay ist wenn ich jetzt hier auf unserem stick anwende beziehungsweise unsere sd karte dann passiert eben nur dass hier das eben nichts funktioniert weil eben kein dateisystem mehr erkennbar ist also machen wir es wieder zu und gehen hier bei test disk auf download man sieht jetzt hier gibt es die ganzen downloads es gibt es sogar für dos noch für windows windows 64 bit für linux mac os etc also sehr umfangreiche oder universelle software wir laden jetzt hier die 64 bit version herunter weil ich jetzt ein 64 bit windows habe ansonsten kann man auch hier die 32 bit version herunterladen so ganz klassisch ich habe den download hier schon mal vorbereitet das nach dem entpacken hat man hier einfach so einen ordner test disk und da sind jetzt die ganzen dateien drin ist es keine klassische software mit installer sondern einfach etwas was man lokal entpacken kann und dann direkt starten kann hier gibt es dann zum beispiel fotoreg win und q fotoreg win das sind im prinzip jetzt hier die beiden tools die wir jetzt hier verwenden können um die daten wieder herzustellen das hier ist so eine art kommando zeilen tool beziehungsweise text basiert während q fotoreg win im prinzip eine benutzeroberfläche mitbringt das ganze muss man starten das muss mit administrator rechten gestartet werden und danach öffnet sich eben jetzt hier dieses fenster das tool hat zwar den namen foto im namen aber es dient jetzt nicht nur dazu irgendwelche fotos von der sd karte oder usb stick wieder herzustellen sondern es kann beliebige dateien wieder herstellen wir wählen jetzt hier einfach das laufwerk aus wir müssen jetzt hier schauen welches das ist das jetzt in unserem fall dieses physical drive 2 mit dem eben vier gigabyte das ist eben hier multikarten blablabla das werden wir jetzt hier aus und dann haben wir jetzt hier die partition beziehungsweise nicht partition weil wir haben ja eben kein dateisystem mehr darauf und das wähle ich eben jetzt hier dieses no partition aus file system type lasse ich jetzt so weil ja vorher war da halt waren dann fotos oben etc das war dann halt mit fad ntfs etc quasi formatiert linux dateisystem kann ich auch auswählen aber trifft jetzt in unserem fall eben nicht zu was ich jetzt noch machen muss ist ein fad auswählen indem ich dann die dateien dieses tool noch auslesen kann quasi abspeichert mache ich jetzt mal gehe ich mal ctemp sd aus und habe ich vorhin schon mal angelegt den ordner einfach auswählen und dann muss ich einfach hier noch auf search gehen ich kann jetzt hier noch dateiformate festlegen wenn ich jetzt zum beispiel ja nur noch bildern schauen will dann kann ich das eben hier auswählen standardmäßig ist eben alles ausgewählt das passt und soweit und dann wie gesagt klicke ich einfach auf search und dann legt da im prinzip los scannt die naja in anführungszeichen oberfläche des datenträgers und tut dann die dateien die eben gefunden werden tut er jetzt eben in diesem ordner hier abspeichern man sieht jetzt hier schon windows kann das war die sd karte nicht mehr einlesen aber das tool liest jetzt hier schon irgendwelche jpegs irgendwelche filme pngs etc aus und andere dateien auch und ja das schauen wir einfach mal in den ordner was da so drinnen ist also schauen wir mal in den ordner rein ich bin jetzt hier unter c temp sd und da legt er hier eben noch so ein verzeichnis an und da kann ich jetzt eben reingehen und da zeigt er jetzt hier die dateien an die er eben wieder hergestellt hat in diesem fall sehen wir jetzt hier irgendwelche fotos das ist aus irgendeinem irland aufenthalt den ich mal hatte und dann kann man eben dann durchschauen und die dateien die er eben retten konnte da dann weg sichern er packt das alles schön in diesen ordner hinein also wenn ich sagen wie unter ordner etc da auf der sd karte fanden waren die sind danach im prinzip weg aber die dateien sind dann noch da dann beginnt eben die arbeit dass ich eben schauen muss welche dateien gehören wohin da muss ich dann eben von hand dann noch sortieren ja so kann man im prinzip die dateien von so einer sd karte die jetzt windows sagt dass sie formatiert werden muss wieder herstellen wie gesagt das funktioniert auch mit usb sticks oder usb festplatten jedem datenträger wo das quasi auftreten kann kann man da eben probieren mit diesem tool hier im test disk foto reg die dateien wieder herzustellen ganz wichtig ist noch ja also es hat ja meistens einen grund dass irgendwie der datenträger kaputt ist also gerade bei sd karten würde ich dann eben die daten runter sichern und danach würde ich dann die sd karte schön entsorgen weil ich die kann man dann zwar wieder formatieren aber wenn jetzt irgendwie so ein fehler auftritt ja dann hätte ich jetzt nicht mehr so das große vertrauen ist vielleicht irgendein hardware problem schon mit dieser sd karte und dann selbst wenn ich jetzt formatieren kann dann neue dateien drauf machen ja würde ich eher davon abraten ja das war's was ich zeigen wollte in diesem sinne viel spaß beim umsetzen falls ihr dieses problem habt und sage tschüss und auf wiedersehen